Und hier ist ein Redstone. Redstone. Ich traue immer noch. Dass ich letztens noch einfach von so einem verdammten Creeper zerstört wurde. Ich wurde von einem Creeper getötet. Und dafür wird es dir keine Rache geben. Ich werde mich drehen. Ich habe noch ein blaues Wunder erlebt. Und da hinten ist ein Schaf. Schnell, 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 schnell. Ich habe noch einen Schaf. Egal, ob du sterben bist, du steppst. Oh yeah! Also, wenn wir Gitarer sind, sollte die Folge sich das nicht angucken. Nein, 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 wir fangen jetzt nicht mit sowas an. Creeper-Files ist total ekelhaft. Äh... Oh, wand. Was ist da? Was? Was? Hä? Haha! Ja, moin! Gitar! Was? Nein! Äh, gut. Ich hab noch nie... Aha! Ich hab noch nie in meinem Kopf so ne Angst gehabt, Alter. Hat noch nie in meinem Kopf so ne Angst gehabt! Minecraft! Man sagt ja, Minecraft spielen 6-jährige, ne? Nein! Ich fand ein Kiddies! Was? Oh! Ja! Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Nein! Nein! Ich hab Angst! Mann! Nicht ab Angst! Mann! Nicht ab Angst! Es ist alles dunkel! Mann! Äh! Nein! Mann! 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 Komm. Jetzt. Eins, zwei, drei. Auf ihn! Nein! Okay. Okay. Ah, jetzt. Eins. Zwei. Ich muss das jetzt ein bisschen unterbrechen. Eins, zwei. Und ich hasse Wasser. Okay. Oh, ich hasse Wasser. Hallo? Auf ihn! Äh, äh? Mann, ich, ich hasse Wasser! Äh, äh? Und dann auch mit Bewegungssteuerung, die gerade nicht so schlimm ist wie sonst. Also das ist immer so gar nicht Million-Style. Oder Digger-Style. Das ist Horror-Style. Das ist Slenderman-Style. Wahrscheinlich ist Slenderman genau vor mir. Oder hinter mir. Und ich seh's nur nicht! Mann! Das ist so creepy! Oh! Oh! Was ist das? Ui! Einfach mal ein bisschen Redstone mitnehmen. Mann, den wir zwar nie mehr brauchen in unserem Leben, aber... Das hat man ein ganz schönes Souvenir. Das ist, glaube ich, Folge 15. Mein längstes Projekt auf diesem Kanal. Minecraft... Aber hier ist nur Redstone leider! Nur Redstone! Aber ein paar Diamanten würden wir auch nicht fahren, ne? 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 Nein, nein, nein! Das wird es nicht möglich für mich. Warum kann ich jetzt am effektivsten hin? Nein! Ich möchte einfach... Nein, nein, ich möchte... Nein, ich möchte nicht werden! Komm, kommst du auf mich! Oh! Oh, so ein Kack! Warum komm ich da auf? Warum ist die Kack? Oh! Die Letzte sind so dreckig! Die Letzte sind so dreckig! Oh! Mein! Mein, 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 mein! Der? Das ist ein bisschen schwerer. Nein! 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 Auf den Kappen lasse ich mich nicht an! Włoch! Alter neun Minuten langer Horror! Horror ist das hier. Batman? Wo bist du? Manchmal übel banget böse Monster. Ich mach gleich auch friedlich und dann brauche ich mich nicht mehr guseln. Obwohl, Hero Run kommt ja immer. Ich möchte hin. Oh, ich glaube, es ist ja Folge 15. Weißt du was? Ich habe das Level 15. Oh mein Gott. Oh, aber keine Diamanten. Das ist schon ein bisschen Kacka. Mal zu sagen. Wahrscheinlich war die überall Diamanten und ich habe sie noch nicht gesehen. Dann schreibt ihr in die Kommentare, da waren noch überall Diamanten und du hast sie abgebaut. Bist du dumm. Du hast die geistig hinmacht und was weiß ich. Und du musst nur, dass das Eis ist, dass das klar ist. Und dann wäre endlich die Folge, weil es nicht so glücklich ist, indem ich sterbe. Und dann am Haus lande. Einmal, ähm, was ist Sterbe? Und jetzt aber halt nicht. Nein! 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 Was? Was ist das? Nein! 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 Was ist das? Das ist nicht euer... Wenn mein Eisener stirbt, dann stirb ich nicht. Also ich beendere jetzt die Folge mit einem Selbstmord. Tippsmord! Bye-bye! Und... Oh Gott! Bye-bye! Und tschau! Leute! Tschau! 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 Tschau!